Viele Geräte verschwenden Energie. Diese einfach zu bedienende Zeitschaltuhr mit Tagesplaner spendet nur in den von Ihnen vorgegebenen Intervallen Strom. Mithilfe der Kipphebel in der Mitte legen Sie die täglichen Betriebszeiten fest. Jeder Stift steht dabei für 15 Minuten. Der Schalter an der Seite regelt, ob die Zeitschaltuhr nach der Kipphebelprogrammierung arbeitet oder das angeschlossene Gerät permanent mit Strom versorgt. Eine günstige Anschaffung, die Ihnen viel Geld sparen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017